Wir haben zwei Nachwuchsgamerinnen gefunden. Ihr seid die? Jenny Chiara. Okay, und wie lange seid ihr schon hier? Seit ein paar Stunden, seit 11 Uhr. Und was habt ihr euch schon alles angeschaut? Zum Beispiel LittleBigPlanet. Okay, und wie war das? Cool. Was war so dein Highlight? Ja, auch LittleBigPlanet. Und die anderen Sachen haben wir noch nicht so richtig geguckt, deswegen gehen wir so rum und so. Was spielt ihr denn so generell am liebsten für Spiele? Ja, auch LittleBigPlanet und ich spiele auch so Uncharted und Assassin's Creed und so. Ah, cool. Hast du denn schon mal Assassin's Creed 3? Nein, aber das ist mir zu lange da anzustehen. Und was ist so dein? Was spielst du gerne? Ja, ich spiele auch gerne LittleBigPlanet und auch Mario Bros. Super, okay. Irgendwas, was euch ganz, ganz besonders toll gefallen hat hier bisher? Ja, eigentlich nur LittleBigPlanet, weil, ja, ich würde auch gerne zu dem Michael Jackson Teil gehen, aber da ist die Schlange auch total lang und vielleicht gehen wir da gleich nochmal hin. Okay, dann wünsche ich euch viel Glück. Vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch hier. Warte, ich kriege noch Aufkleber.